Hier haben wir die Bar, die geht den ganzen Tag bis abends. Da kann man sich das auch über sich holen, alle Cocktails, was man mag. Hier hinten hat man das Café. Da kann man noch eine leckere Hallensicherung. Da kann man sich hinsetzen. Matthias, geh mal mit. Und hier hinten sind welche, die haben lang geschlafen. Die haben die Backen bis hinten voll, die hören wir, bis rauskauen. Fräuleinchen, schmeckt Ihnen das Frühstück hier vorzüglich oder wie ist es? Dieses Frühstück ist so was von Excellente. So was habe ich immer im ganzen Leben gemacht. Was haben Sie sich denn schönes rausgesucht? So, Brötchen, bisschen Schinken. Was sagt der junge Mann dazu? Ja, das gleiche. Aus Frankreich. Ein bisschen französischen Dialekt bitte. Ja, das gleiche.